Dieser Mann, der Armour? Nicht ein Risiko, den ich nehme. Wer mit Pflanten? Wer hat's denn mit Pflanten? Beatrice hat's mit Pflanten, hab ich gedacht. Komme in die Schmiede und... What's your pleasure, my friend? Sehe das hier. Sorry, friend. Ideal in Warfare, not gardening. You might want to check over at the General Store. Remember, I'm here for all your weapon and armor needs. Ah, aber die haben anscheinend alle möglichen Antwortmöglichkeiten. Das heißt, ich such auf jeden Fall weiter nach Beatrice. I'm looking at portions, yes, and portions too. What do you find in my face? Hell, who knows my face? Maybe you can help me. Maybe I can help you. Taught my strongest Potions. I'm afraid they could kill you, traveler. Come back and see old Beatrice again. Dann gehen wir zum General Store. Wenn der Schmied mich schon darauf hinweist. Die Beatrice hat offenbar nichts gegen Pflanzen. Aber dann schauen wir doch mal. Oder irgendeine Form von Magie könnte das machen. Vielleicht sollte ich mal Gwen. Wenn du nicht sehen, was du willst, auf dem Boden willst. Wenn du nicht sehen, was du willst, auf dem Boden willst, ich bin der Geist. Ich habe gehört, dass du mit der Stadt- Jetzt, was kann ich für dich tun? Jetzt, was kann ich für dich tun? Ich versuche, dass du ein bisschen alles anstattest. Wenn ich nicht, was du suchen, hast du wahrscheinlich nicht in der ersten Position. Du wirst eine bessere Variety finden, irgendwo in Farhaven. Ah, Heckenschere. Und von denen kaufe ich mal auch ein paar. Für den Fall, dass ich mitten in diesem Baum abnibble. Kommt wieder zurück. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ob das was bringt. So. Tapa, Tapa, Tapa. East. West. 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 Kann man hier auch irgendwie da raus gehen? Das ist natürlich geschickt, dass man nicht immer zu den Rändern der Karte geht, sondern irgendwann immer nur noch in die Mitte. Ja, geht weg. Naja, egal, wir sitzen. Wir sitzen jetzt das Prison Beacon und dann finden wir heraus, wie man hier rauskommt. Ein Hoch auf das Beacon-System, muss ich sagen. Das ist super. Ich schicke mich weiter nach Norden. Und immer weiter, aber gleich nicht mehr. West, 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 North, North, East, East, North, West. Hier musst du jetzt mal durch das Übis-Zulabel rinnen. Um allein nach dem ersten Ring zu kommen, glaube ich. Oder? Das sehen wir gleich. Ja, da kommen wir auf den First Ring her. Oh, man muss echt das übelste Labyrinth durchwandern, um diesen First Ring zu finden. West, 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 South, 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 South. Okay, ich speichere mal. Und jetzt müsst ihr doch gleich wieder... Hä? Ich hab doch die dumme Heckenschere gekauft. Muss ich mir das ausrüsten vielleicht? Kann ich anscheinend nicht? Oh Gott, Leute. Ich hab die scheiß Schere, Kinder. Was soll das denn? Okay, Leute. Dann müssen wir wahrscheinlich den Gärtner finden. Oh mein Gott. Der kann nämlich überall sein. Ach du liebes Bisschen. Warum muss Deepwood die ganze Zeit was mit Suchen zu tun haben? Da hätte ich lieber ein bisschen komplizierter Geschichte gehabt und ein bisschen weniger... ... 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 ja jetzt müssen ja alle hecken anscheinend absuchen und das wird erhoffen dass wir den typen mit einer schere finden da ist er schneid noch mal egal ob du arbeitest du musst also entweder ich bin mit dem falschen leuten da das könnte natürlich sein ich gehe jetzt mal zu adrianos vielleicht weiß der wie man seine hecken schneiden wir haben eine heckenschere wald so ist ja nicht wo ist Höre, nach oben! Ach, nach oben! Eist! Was kann ich auch helfen? Ich muss sagen, dass ich mich noch nicht überrascht, dass du noch mal bist. Ich freue mich auf die Ergebnisse von deinem Reise zu hören. Hm. 20.51 Hm hm hm. Das, ehrlich gesagt, check ich das nicht, weil da steht, ja, vielleicht kann man so ein Tool kaufen und dann habe ich eine Hängenschere gekauft. Ich hätte jetzt gesagt, ha, wir haben keinen Weg und bla, also entweder man hat einen Weg und ich muss nur die richtige Stelle finden, der quatscht diesen Dialog ja an mehreren Stellen oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Stem, das verrät der richtige Miststück. Der müsste mir doch eigentlich was sagen. Oh, gott die Bittler laufen, haben wir weg. South South East South South North West I might have it in this Greetings, Trapp- Now, what can I do for you? My usual suppliers mine it directly from Silvershade Mine. You could try there. You won't find better variety anywhere in Farhan. Come back again soon. If you need help finding anything, just let me know. If you don't see what you want on the floor, I might have it in the back. She is probably even a bit more useful with her fire-zogging in the tree. Let's do that. I'll be here when you're ready to buy. I have to go down the floor, from the front. Let me now go down the floor, for the first to the floor. I'll be there in the front. Can I just pick the guest room to go down the floor? East East North East North East North East North East West dies kommt in der ISM. West. Leeren Kick. Ist. Boah, wenn ich mir nicht überlege, dass ich mich hier drin früher verlaufe. Gano. Ist. Gano. Ist. Gano. Okay. Okay. Amori, Tor 0, M1, Amori. Bin ich hier nicht schon mal eingebrochen? Wasau. West. West. Ja, hier bin ich schon mal eingebrochen. Gano. Ist. Gano. West. Gano. 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 Ist. Nur 1. Bumbe. Weil du erst. Es ist ein. Warte, du tafel mag es Amulett 1 2 1. Tafeln endlich, es ist ein. Boote, wo in? Boote, dies Container ist. Weil es ein. Weil es ist. Was finden Sie an den Rückschwerten? Ich werde das sehr unpraktiv. Nur nein. Niel und die Stimme. Kein. Bumbe. Wens. Standort. Mäst du für alle. Wens. 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 Bumbe. Wens. 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 West, South East South West Ach hier South, East Wir sind aber offenbar um dann dumm durch die Gegend gelaufen Weil die jetzt doch in der Neckare East In der Taverne sind Und einfach nur, dass so ein bisschen Na, wir sind mal woanders Dings, ich war, okay West 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 Okay, wir nehmen Gwen mal mit. Wir gucken gerade mal, weil Gwen kann, glaube ich. Das macht nämlich viel mehr Schaden. Und macht auch mehr Schaden und so. Okay, mehr hat sie gerade nicht. Dann... Oh Gott, wie lange geht die Folge noch nicht ganz so lange. Fast Schere, warte, was haben wir? Massive Tree? No, West. Haben sie gesagt, die Heckenschere? Können wir nicht benutzen? Also... Ich laufe mal offscreen nochmal durch den Baum und probiere mal, ob das geht. Beziehungsweise probiere mal, ob das vielleicht an ein, zwei verschiedenen Stellen nur geht oder irgendwie sowas komisches halt. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann!